Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, arme Deppenschleppen anzunehmen bei GD Falavin im Hial an dieser Stelle. Vor Quest war die Rückkehr der Ahnen. Jetzt müssen wir hier diese Mops töten. Und dann gibt es was einzusammeln. Seht ihr gleich. Schaut mal, jetzt habt ihr die Mops getötet und diese Sklaven lassen ihre Beute fallen. Und einsammeln. Wir bekommen pro Mops 9 Quest Items. Ich werde jetzt eine kurze Unterwirkung machen, denn das ist immer dasselbe. Diese Patrouillen kommen aus dem Westen, hier diesen Weg entlang. Da findet ihr solche Gegner, die ihr töten müsst und dann die Deppen die Beute fallen lassen. Also, nicht wegschalten, bis gleich. Ich bin jetzt dabei die letzten Porete zu sammeln. Da habe ich schon 36. Und schon bin ich beim entsprechenden NPC. Bestes abzugeben bei GD Falavin im Hial an dieser Stelle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao.